neue schafe gespawnt gleich mal die wolle davon abgreifen kommt her danke danke okay das letzte hat er keinen bock auf uns du entkommst mir nicht so das wird auch interessant hier wie sich das hier dann entwickeln wird hier bräuchte ich eigentlich noch das wird den druckplatten lassen jetzt erst mal man sieht die halt wirklich gar nicht was genau und hier fehlt noch ein zaun so das wird dann hier das schöne kleine balkon gut dann fehlt hier noch natürlich noch machen muss kann man jetzt eigentlich auch schon kraften ja das ist ja nicht so machen wir das mal wir brauchen auch einen raum für öfen wenn wir hier schon lager haben wir müssen auch irgendwo in der nähe so einen raum drin haben wo man auch die ganzen ärzte schmelzen kann ich weiß jetzt nicht liegt natürlich nahe also wir haben hier so eine art keller kann mir natürlich so eine kleine kochnische reinmachen wo man die öfen ganz gut thematisch unterbringen kann vor allem weil hier unten noch alles aus stein ist kann man ja kann man auch bestimmt eigentlich so eine richtig schöne kleine feuerstelle reinbauen mit feuer wäre ich glaube ich vorsichtig weil ich in einem holzhaus wohne also feuer werde ich hier definitiv nicht in das haus mit einbringen und ich lehne mich mal weiter zurück damit meinen damit ich nicht so bleich bin in der kamera schon auch ein bisschen farbe im gesicht habe so also schon angenehmer also für mich zumindest ist es angenehmer äh gut schön ähm was wollte ich machen genau ich wollte hier die tür hinsetzen und eigentlich wollte ich hier am balkon vielleicht die fackel alle die ein oder andere platzieren die frage ist ja nur wo müsste ich hier und da also ganz ehrlich das wäre hier cooler wenn sie etwas weiter oben sind das ist doch deutlich angenehmer denke ich mal ach so hier unser blick in das lager schon hier oben ist dann quasi unsere wohnung werde ich das jetzt mal so also wenn ich das ist was unser wohnhaus aus das wo wir wohnen wollen bezeichnen will ich gerne hier oben meine also meine wohnung reinbauen und dafür brauche ich jetzt auch ganz am anfang erst mal äh hat jetzt nicht wirklich sinn dass ich das machen will aber wir haben noch genau einen einzigen diamanten den werde ich dafür als auch verschwenden in anführungszeichen ich weiß nicht ich weiß nicht gibt es notenblöcke denn überhaupt schon kann man ja auch mal sehen ähm ne gibt es nicht so wie wenig redstone wir auch haben soll die jukebox gibt schon das finde ich ganz toll weil ja die jukebox ist halt wichtig die darf ich fehlen und die kommt dann genau hier hinten das ist gut so 3 1 2 3 wenn ich auch gleich sagen ist jeder das dachgeschoss dann beginnt läuft dann wie folgt ab also hier vordach als überstehend hier dann solide block und dann geht es halt ganz normal dachförmig halt weiter soll ich mich jetzt recht erinnern dann ist ja holz ja genau dann hier so so hier das ganze so ich würde dann auf jeden fall noch sowas geben so 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 wie so 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 ein geschlossener mann und dann glaube ich hier jetzt haben wir sowas groß nee naja so ist das hier gemacht stimmt so habe ich das hier veranlagt ja ich will hier wirklich so schnell das dach machen weil ich da der dächer unglaublich gerne mag aber man hat halt ich so das gefühl nie wirklich den mut so zu steil dächern sie zu bauen was eigentlich echt schade ist so wie war das jetzt hier hier ist das hier nur ein block dann ich glaube wir müssen jetzt drei hoch so das ist dann hier quasi unser dachgeschoss geschoss k k der herrn noch sollen als es auf der richtigen höhe genau ähm super gehen wir jetzt mal erstmal wieder runter verbrauch neue wolle da vorne im turm ist ein scharf k 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 auch schon wieder alles gewachsen halte die küsen laut heilige du meine güte so groß glaube ich auch schon wieder gewachsen das sehen wir gleich ja es ist gewachsen so immer weg das ist eh schon alles so alter also kuh im treppenturm ist schon echt hardcore nervig also wirklich hier sind auch keine schafe jetzt recht ans gehört ich kann gerade nicht so gut nachgucken wo das ist ja scharf mehr ruhig weiter würde nichts helfen ich schließe hatte ich so schön dass jetzt aber keine schafe sind gerade obwohl ich eigentlich wolle braucht aber ja man kann ich da alles haben im leben oh lol ich habe die seite noch gar nicht fertig gebaut ja na gut dann kommen sie mit allem abbauen die jukebox wer lustig gewesen wenn ich toll nachdem ich keine wolle haben können wir auch die gar nicht so machen gerade ich glaube ich habe noch ein steck holz quasi alles jetzt hier für das zeug hier verbraucht und warum noch mehr wolle eigentlich ist jetzt blöd weil ich keine schafe sehe ich kann aber runter auf die ebene gucken und da sollte ja schafe technisch eigentlich immer was los sein na bitte